Streifen, Rohseide, Leder, florale Muster. Die Classic-Serie aus der Kollektion Pigment besticht mit einer Fülle dekorativer Ornamente und lebendiger Strukturen. Das speziell vorbehandelte Vlies lässt sich besonders leicht überstreichen und ist für deckende Farben optimiert. In Abhängigkeit der verwendeten Farbe und dem gewünschten Bandbild genügt oftmals schon ein einziger Anstrich für den perfekten Look. Für den Liebhaber lasierender Farbeffekte sind die Designs aus der Serie Classic Lasur verwendbar, die speziell für Lasuranstriche optimiert wurden. Aber auch einfache deckende Anstriche sind auf diesem hochwertigen Fließträger problemlos möglich. Verwenden Sie stets lösemittelfreie, weichmacherbeständige und dünnfilmige Farben und Lasuren mit einer langen Offenzeit. Eine entsprechende Farbempfehlung erhalten Sie von Ihrem Groß- und Fachhändler. Vor der Schlussbeschichtung empfehlen wir eine Probefläche anzulegen. Achtung, Farbänderungen sind im Nachgang bei Lasuren nicht möglich. Gute Lasurergebnisse werden mit einer Ovalbürste erzielt bei anschließender Farbüberschussabnahme durch einen Lasurwischer. Gute deckende Anstriche werden mit einer Lammfellwalze von 14 bis 16 Millimetern erzielt. Beschneidebereiche, welche bei deckendem Anstrich mit einem Pinsel vorgestrichen werden, sind mit einer kurzflorigen Farbwalze zu überarbeiten. Arbeiten Sie in allen Beschneidebereichen nur nass in nass. Unsere Empfehlung, beschichten Sie zu zweit, um Farbansätze und Antrocknungen zu vermeiden. Alle Informationen zur Verarbeitung finden Sie im technischen Merkblatt direkt über den QR-Code auf dem Tapeteneinleger und in der Kollektion oder unter www.architekts-paper.com.